Gibt es einen Best-of-Drunken-Stream unter YouTube? Best-of-Drunken-Stream? Ja, das könnten wir vielleicht mal machen. Musst du mal YouTube hochheben und mal drunter drehen kommen. So, grüße euch erstmal. Wie geht's euch? Pünktlich wie die Deutsche Bahn, eine Minute zu spät. So ist es. Das ist sehr, sehr gut. So, und das ist das Kör übrigens. Also für jeden Sub, für jeden eigenen Tod und für jede 5-Euro-Donation und dann reicht das auch. Ja, für 5 Euro muss Afferbein trinken. Für 5 Euro trinken wir alle. Das ist für alle. Das ist ein Global Town, Alter. Das ist wie Team Afferbein. Global Town, ey. Also. Eigenschaften, Ausschnitt wählen. Bei dir bin ich mega trüb, aber in echt bin ich mega scharf. Du bist ein Scheiß. Nein, das war nicht aber so, wie ich das jetzt... Passive, Passive. Mach die Würfe, 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 mach die Würfe. Lass sie dich erst töten. Du bist ein Stück Scheiße, Alter. Dafür trinkt... Also, weißt du, Kör trinkt nicht für jeden Tod, aber lässt nicht sterben, ne? Von wegen, Alter. Wegen deinem Tod trinke ich jetzt bestimmt nicht für mich. Ja, ja. Ja, ja. Leute, bleib. Weißt du, ey, dieser Kör. Für wen hält der sich? Dass ich so ein richtiger Dummdödel bin, oder was? Und nach Affes toller Regelung, nach jedem Tod zu sterben, wird das ja noch effektiver, ey. Ey, ich glaube, ich hab die Gene von meinem Vater. Sag bloß. Kör, you're legend, ey. Also, ich glaube, ich hab die Gene von meinem Vater, ey. Ja, ich mein jetzt so, was die Haar-Gene an ich bin. Ich glaube, ich krieg langsam einen Haarausfall, ey. Ja, die können wir übelst töten, Alter. Die können wir übelst töten. Was? Rückzug! Oh, was? Rückzug! Rückzug! Ey, der hockt den Nasus ran, Alter. Alter, was soll ich machen, wenn dieser Lee im letzten Moment ein Schritt so weitergeht, ey? Den Lee anhocken, den Lee! Ey, Monster. Ja? Wie viel Prozent haben diese Klopfer eigentlich? 400. Das sind die nicht super. 400 Prozent. 400 Prozent Alkohol, Bren. Alter, ey, das ist Alkohol mal in vier einfach nur. Das Sahne-Ding hat 17 Prozent, die anderen haben... Ey, Junge, Junge, hier! Yo. Voll dabei. Wir gehen voll rein, Leona, sobald ich da bin. Ja, wenn ich war. Okay, da im Reno, da im Reno, no, 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 no. Jetzt, 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 jetzt! Go! Okay, okay, rein, rein, rein! Warte. Ja, gut, ne? Dann geh ich mal. Tschüss. Lief gut, lieb gut, ja! Ja, ja, da ist Ende. Aaaaaaah! Leute, ich leck schon wieder. Sag mir nicht, ich werde schon wieder gedidost, Alter. Was ist das denn für eine Schwuppel, die das macht? Oh, ich schweiß. Na gut, Leute, ich mach keine Aktion mehr mit Claire. Claire stinkt nach übelstem Bull-Fisch aus dem Haaren gezogen, Alter. Was ist das jetzt meine Schuld, Alter? Warum bist du nicht gleich mit voll rein? Wir hätten den unverkriegt... Wisst ihr, warum ich mich auf Solo-Cue freue, Leute? Da gibt's Gute mit Leder, ey. Alter, das ist ein Maul. Ey, jetzt reißen wir einfach. Go jetzt hier. Zack, zack. Der hat Ulti. Oh mein Gott, der hat... Go, Raffel, go! Die holen wir uns, mein Freund. Guck, ich komme auch hinterher. Ich dachte, der hat keine Ulti mehr. Ach, Raffel ist scheiße, ey. Oh, wenn du den jetzt verfällst, ne? Wubble, 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 schwammel, wubble! Schwammel, wubble! Was soll die Scheiße? Ich krieg ihn nicht. Ich heal mich jetzt erst mal. Leona, Leona, halt ihn mal auf, bis ich mich gehealt hab, okay? Und... Was? Ey, guck dir diesen Lord an, da, ey. Oh, Pantheon, wieder KS of Doom, Alter, ey. Die Scheiße, ey. Wubble, wubble! Wie diese Scheiß-Fisch-Dings aus Emo, Alter, wo er im Aquarium ist, ey. Wubble, wubble, wubble! Ey, hier, Leute, ich hab was, ich hab was Dickes zu erwarten. Oh, shit, ich hab was Dickes zu erwarten. Ist ein Kind, oder was? Hallo! Ich hab was Dickes zu erwarten. Ein schwergewichtiges Kind. Ey, ich hab was Dickes zu erwarten. Ey, warte, 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 warte. Ich brauch die richtige Stimme für Leona, Moment. So, jetzt. Was ist das denn, Alter? So, was willst du? Komm her! Oh, mein, Alter. Wer ist das denn, Alter? Alter, im Verkaufen, nein, Alter. Das gibt 25% AP. Ja, 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 ja! Hast du Probleme? Voll rein, Jungs! Ja, 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 ja. Manu. Ey, aber der Fokus ist etwas scheiße gerade, Jungs. Boots! Jetzt geht's ab, Jungs! Bam! Hier, der ADC steht ja noch an der Seite oben, ey! Die Jungs war so bombastisch, ey! Bam! Jo, damit haben wir sie gerackt, Jungs! Oh, ne, doch nicht. Der Z lebt noch. Fuck, der Z lebt noch! Also Rückzug! Was? Alter! Ey, euer Fokus ist ja wohl sowas von scheiße! Meine Ulti war einfach dimensional genial, Alter! Dimensional, Alter! Überdimensional genial! Die dimensionale Ulti! Genitalien! Also, ich würde sagen, lief gut! Ich? War da! Fanatics, grüß dich erstmal, ey! Was war das für eine Wöhne scheiße? Ich hab keinen scheiß Manipulator gedönst drin, Alter! Ja, das ist scheiße! Ja, ich sag's dir, ey! Ich sag's dir! Warte, ey! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Das hört sich einfach an wie so'n heliumbesoffener Penner aus der Gossenstraße, Alter! Alter, hört sich das nicht schiften an! Oh Mann, ey! Jetzt mach mal diese Scheiße aus, wir müssen jetzt mal ruleen! Ich war einfach in die Hose! Oh Mann, hört mal auf, ey! What the fuck! I see! Anrufe! Oh Mann, vamp! Oh Mann, TR encourages 73人! I see! Ich auch die Klauer! Ahahahahahahaha! Ahahahahaha! Ich war mir gleich in die Hose, Alter! Auf geht's, oder was? Ihr seid so scheiße, Mann. Wenn ich nicht auf Klo gegangen, werde ich mich eingeschifft, ihr Schweine, Alter. So. Aber da hilft kein Schütteln und kein Klopfen in die Hose, geht der letzte Tropfen. In die Hose, geht der letzte Tropfen. Auf, auf, auf. Ja, los hier, los, meine Superminion. Reiner, meine Freunde. Reiner, meine Freunde. Oh, scheiße. Was ist das, Schwein? 3, 2, 1. Ja, reiner, jetzt meine Freunde. Nein, diese Rolle hat mich schon wieder aufgehalten, ey. Fuck off. Meine Freunde, ich bin sehr entdeutscht von euch. Wir müssen schnell beenden, tot hängen ja alles. Ja, ey, warum denn? Wir sehen alle. Aber wir haben Vinians. Vinians, wo? Die Gegner haben Vinians. RZUKO! Ich bin aber weg, Tchinko! Shogat, blockt mich einfach das Stück Scheiße, blockt mich genau hier, ey. Ja, man ist aber heute, Prost. Oh man, was ist hier denn los? Ey, ich darf das schon, Freunde! Wir müssen den auch echt in Fokus an! Oh yeah, es sind ja kaum 200 Super Minions! Oh ja, es klopft dann, Mann! Wie oft darf ich klopfen? Und einfach mal, Alter! Oh ja, Gott sei Dank haben wir das Spiel noch umgelöst, ey! Eine Enttäuschung, ey! Gott sei Dank haben wir das Spiel noch gelöst! Scheiße! Mein Gott, nochmal, Alter! WTF? Nein, meine Schittels! Oh Mann, ich kann nicht mehr, Alter! WTF? Ey, beruhigt euch! Wir hatten den Spaß! So, jetzt seid mal leise! Ne, ich habe keinen Spaß! Aber Emu, du hast bei dir echt angehört, als hättest du die Eier eingekleppt! Achso, nur Emu? Emu, wir gehen in Any Brand Bot Lane, okay? Any Brand Bot Lane, okay, alles klar! Go Affe! Go Affe! Go Affe! Go Affe! Go Affe! Warum? Oh ja, stark! Bart! So, Alter, ich hau ab hier, ey! Bist du schon am Schielen, oder was? Mein Bart ist mir zu giftig jetzt hier schon, ey! Alter, die steht hier ab und wir auf den Q dahin, ey! Erstmal übel am Schielen, der Alte! Das war einfach dodge, ne? Wenn sie dodgen wollte! Ja, bitte, du warst am Schielen! Okay, 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 ich geh auf die Bot Lane! Okay, das reicht mir jetzt, Alter! Fuck off, ihr! Fuck! Erstmal ein bisschen texten, Alter! Alter, dieser Monster-Bot stinkt nach Fisch, Alter! Ich hab in dem Fight alle meine beiden Swights verworfen, ey! Hm? Alter, dieser Blue-Buff auf der Bot Lane, ey, ist richtig geil, ey! Richtig geil! Pass auf, sie killt uns jetzt! Okay, Claire stinkt nach Scheiße, ey! Boah, Alter! Monster, würdest du bitte dein W treffen, wenn die sich nicht mehr bewegt, ey! Du Stück Scheiße! Go Any Stun! Hab ich nicht! Wo ist sie, die Fotze?! Wo ist sie, die Fotze?! Wo ist sie, die Fotze?! Oh, Mann! Oh, Mann! Schon wieder musste ich alles alleine machen! Ja! Entschuldigung, dass ich nicht alle 30 Sekunden meinen Stun hab! Mann, dann machen wir es halt so jetzt hier! Ja, Flash halt! Ja, lies ihn hinter mir! Das sind die Kargas-Actions! Ja, dann feine ich halt dich, du fettes Stück Scheiße namens League! Oh! 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 Alter! Was machst du jetzt, Alter?! Er kriegt... Ah! Was soll das denn, Alter? Diese Fotzen hier! Klatsch! Oh, Mann! Wieso ist der nicht an meinem Red Buff gestorben? Hatte ich keinen Red Buff drauf? Ich dachte, ich hatte Red Buff drauf, Alter! Okay, Andy wird reportet dafür, dass das so scheiße ist! Die kann nicht mal einen Stunnen! Emu! Emunas! Ich hab auf dich vertraut! Ich bin hier runtergekommen auf die Botlane! Weißt du?! Extra! Alter! Zum vierten Mal! Zum vierten Mal! Zum vierten Mal! Emu! Alter! Ich werfe für diese scheiß Bierdinger! Werfe ich jetzt hier aus dem Fenster, will bestimmt nach Scheiße, ey! Ja! Alter! Emu, Alter! Jetzt halt mal deine Fresse und stun, Alter! Oh, klar! Ey! Hilfe! Klar, ich komm vorbei, Mann! Ich komm vorbei! Ich hätte echt gerne Hilfe, Alter! Könnt ihr euch das eigentlich mal vorstellen hier? Oh, ja! Pto! Hui! Oh, ja! Danke für das! Kein Problem, Bro! Hat sie ja nicht irgendwie in dich reingeschleudert, aber scheiß drauf, Alter! Ja, absolut gar nicht! Ich würde sagen, ich hab Claire gekillt, aber scheiß drauf, ey! Go, go, go! Stun! Annie! 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 Annie, Alter! Die Annie stinkt nach Fische! Die Annie stinkt übel nach Scheiße, Alter! Hier ist ein ganz wichtiger Vision Board! Vision Board namens Nautilus! Alter! Wie er versucht zu flüchten! Komm her, du Muschi! Ey, wo rennt der denn jetzt hin, Mann! Als ob der da oben herkommt, ne? Oh, ja! Starker Q, Alter! Also, der hat gesessen! Der hat gesessen, meine Freunde! Ey, hier ist ne Veid! Ein weiterer eyeball! Hoch sehr seckle ein Schaltungszeichen! Einschaltungszeichen! aus und hock! till dieОll! Himbele BZ! Was ist ne Veid! Was ist Ne? Es ist echt einkrieiiiiinn! Da ist er, Jungs! Staril! Oh, die Annie Flash! Was ist das? Erbevoll! Also, Ivo mit Reborn, Alter, das hab ich gehört! Alter, was geht denn jetzt? Was geht denn jetzt? Also, Annie und Brand, das war eine richtig geile Idee. Da war noch Ehemann Monsterbrot, ne? Die Kandidaten spielen. Sowas können wir öfter spielen, meinst du? Sowas wollen wir häufiger sehen von euch, Jungs! So ne gute Leistung! Alter, ey! Ey, dafür, dass ich eigentlich schon relativ viel getrunken hab, ne, ist meine Leistung eigentlich noch vollkommen in Ordnung. Aber mit euch beiden... 010, Alter! Ey, Leute, ihr braucht jetzt nicht rumschleimen, wir wissen, dass wir gut sind und das braucht... WTF? Okay, Leute, ich will an dieser Stelle... Pass mal auf, Alter, pass mal auf! An dieser Stelle mute ich mich nochmal im TS, ja? Ich meine, ich hab jetzt schon 2 Liter Bier und Dus, ja? Aber guckt euch das mal an! 010 Brand, 110 Annie, Alter, und 15 Cassadin, ja? Ich meine, der Knuddeljohn, der hat wahrscheinlich noch nicht so viel getrunken. Der steht auf 4-5, ich stehe 5-4! Was geht ab bei dir? Ich komme, ich komme, Jungs, ich komme! Ich komme, ich komme, ich habe sogar geflasht dafür! Knuddeljohn, los, 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 los! Ey, Leute, Leute, jetzt mal ganz... Ganz kurzer Moment Ruhe, bitte! Halt dein Maul, Junge! Von dir will ich gar nix mehr! Ja, wir fallen hier! Fuck! Das ist nicht wahr! Ich hab den Kill verdient, Alter, und er hat nen Scheißteig verdient! Wow, aber... Los! Ja! Da sind wir mittendrin! Komm! Da sind wir mittendrin! Ich möchte ja nix sagen, aber die Millions weg! Ich bin weg, Jungs! Ich bin weg! Ich will ja nix sagen, aber die Millions beenden! Oh, wow! Ihr seid so scheiße! Ihr seid so scheiße! Ich steh nix mehr! Bitte! Oh, Mann, ey! Es geht darum, es geht, dabei zu sein, ne? Okay, Prost! Jetzt geht der Whisky los! Hau da rein! Ich erinnere mich morgen sowieso an nichts mehr! Ey, der klickt mich doch! Ey, hallo! Hallo! Einen sollten wir jetzt mal einführen! Nur einer spricht! Zu einer Zeit, Alter! Ich komm nicht mehr klar! Alter, wir sind hier 20 Leute in einem Raum und alle sprechen, oder was? Ihr seid die letzten Muschi! Oder was soll ich auf der Botlane spielen? Zehn Sekunden! Go, 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 go! Zona! Ich wähl schon mal Blitzcrank aus, damit es nicht so übel wird! Wie Blackhost, saugeil! Okay! Tarek Inc, okay! Ich hab's verstanden! Go! Okay, Tarek! Tarek ist der stärkste Support gegen Rüstungsteams, ne? Du hast danach nur noch zwei Kurze! Halt, dafür kannst du mal die Fresse halten! Also, ich bin jetzt grad ein lebende Guide, ja? Ich erzähl grad mal ein paar intellektuelle Sachen über League of Legends! Also, wenn du mich aufhalten willst, dann move ich dich einfach! Raus! Ey! Tarek Inc ist gut gegen Rüstungsteams! Jetzt wiederhole das nochmal eben! Ich hab's geschrieben! Ey, bitte, bitte killt mich nicht! Nock, du hörst mich doch! Bitte, zeig Gnade! Zeig doch verfickte Gnade! Okay, der wird reportet! Der wird reportet! Der wird reportet! Das ist einfach so! Nein! Wie wär's, wenn wir einfach mal reingehen? Okay, ist... Ey! Leute! 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 Alter! Schön! Das ist einfach nicht mehr normal! Flechton! Junge! Geh rein hier! Die Scheiße, Junge! Igna... Ulti! 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 Du hast Ulti! Du hast Ulti! Ich hab ne Ulti gemacht! Ey! Amor wird direkt ignoriert! Gehealed bin ich auch! Und los geht's, Alter! Stun auf Aros! Kaputt! Oh ja! Genauso! Genauso! Die Vorarbeit für den Wukong ist draußen, Alter! Batz! Oh scheiße! So! Willst du auch noch gestand werden? Ey, du Hure! Komm doch her, du! Baus! La Worte! Ich hab Arme, du Schwuchtel! Korea! Achso, Alter! Mann! Die machen keinen Spaß! Redger98, grüß dich! Haha! Du bist so lustig, du hässliche mit E! Missgeburt! Halt mal deine Fresse! Hätte deine Mutter mal lieber ein Kondom benutzt, du Hurensohn! Dankeschön! Und herzlich willkommen in der Hafenklappe-Community! Hahaha! Herzlich willkommen! Ey, Jupp! Komm, wir den bei dir! Okay, ich kill mal ein paar Minions für euch, damit ihr ein Heal kriegt, okay? Ein Heal für dich! Sehr gut, Cleo! Sehr gut, Cleo! Heal beim nächsten Mal noch weiter! Cleo, Alfred muss sterben! Nein, ich sterbe niemals! Ich bin Taric! Zack, zack, zack! Oh Mann, der kann gar nichts richtig spammen, Alter! Fuck, ist der scheiße, Alter! Okay, ich hab deine Ulti! Alles klar, mein Freund! Ich hab deine Ulti! Alles! Alles, Roger! Wir pushen die Tower hier, ey! Zack! Jetzt zünd' ich mal hier Ulti, Alter! Zack! Aufs Maul! Zack! Aufs Maul! Also, ich geh da rein wie ein Mann und sterbe wie eine Schwuchtel, ne? Ja, das ist... Wenn du jetzt 20 Liegestützen machst, dann donate ich! 20! 20! 20! 20! 20! 12! 13! 14! 15! 16! 17! 18! 19! 20! 20! Easy 50, Junge! Hu! Hu! So! Was wollt ihr mehr, Junge? Was? Oder so ähnlich. Ich spiele! Ich spiele! Ich spiele! Ich spiele! Blitz-Support! Also, das hat damit... Oh! Oh! Also, damit hat er gerechnet! Alter Schwede! Alter Schwede! Alter Schwede! Alter Schwede! Das ist der Hammer! Also, ich hab ein B Minus bekommen! Ihr habt verloren! Wann bekommt man denn ein D, Alter? 0,20 oder was? Das sieht so aus, als ob ich auf eine Lane gehöre! Ja! Eigentlich sieht es so aus, als ob du in den Knast gehöre! Der Haupt-Lane! Der Haupt-Lane! Glaub ich es nicht wütend, glaube ich! Der Kopf wurde gleich zum Betten! Die Haupt-Lane-Lane! Der Kopf wurde gleich zur Höhen-Lane! Wie heute? Ich habe Support! Und für uns, da wollte er auf die A-C zuspielen! Ich bin Top-Lane, Mann! Ich glaub, wir wollen heute auf keinen Game gewinnen! Oh ja! Das macht's besser, er ist Top-Lane, Tristana, viel besser, Alter. Du hast vorhin gesagt, dass ich einen ordentlichen ADC spiele. Jetzt spiel ich einen ordentlichen ADC, Alter. Deine Mutter. Guck mal, ne Fizz, Alter, easy game. Ey, Tristana ist doch Top-Lane, haben wir jetzt wieder keinen ADC im Box, Alter. Ich hab jetzt erst gesehen, dass der Noski hat Top-Lane. Ey, Noski hat doch gesagt, dass das eine Tristana ist Top-Lane. Kein Problem für Bro-Love in der Hood, in der Hood. Kein Problem für Bro-Love in der Hood. Er hat kein E mehr, er hat kein E. Er hat kein E, Affe. Oh mein Gott. Wie eng werfe ich denn, Alter, bin ich besoffen, oder was? Bist du besoffen, oder? Also da hau ich ab, da hau ich ab, Ali, ey. Ne? Dann lass ich mich nicht zweimal sagen. Diese Grenze! Dürfen sie nicht überschreiten, meine Kameraden! Angriff! Verteidig diese Linie! Verteidig diese Linie! Wenn diese Linie überschritten wird, ist das Führhaus verloren! Angriff! Meins! Ok, Rückzug! Lass sie nicht über die Linie ab! Lass sie nicht über die Linie ab! Oh mein Gott, die Linie ist überschritten, meine Freunde! Das ist verordnet! Die Grenze wurde überschritten, Leute! Die Linie wurde überschritten, aber gab es keine andere Wahl als zu Führhausen. Freunde 92, ich grüße dich zu viel! Oh scheiße, Hilfe! Jojo, ich komme! Oh mein Gott! Oder auch nicht! Das hast du aber nicht gesehen, oder? Doch, du bist einfach schlecht! Du bist doch behindert! Gop om! Gop om! Gop om! Zeig, was du fucking nochmal kannst, du Bitch! So läuft das, Junge! Der wird geholfen hier! Boah! Zwoli wird gesmited, die Huhe! So läuft das! Und nicht anders! Es steckt! Ey Affe, kannst du doch mal ein E treffen? Affe, ist das dein Ernst? Was soll ich die Scheiße? Äh! Ich nur... Looooool! Monsterbrood wird reported! Monsterbrood wird reported! Schalalala! Schalalala! Ich schwör, äh! Ey Klör, lass mal den Freit reißen! Ich bin den Arsch gerettet! Loll, die geben auf! Wir sind besoffen und die geben auf! Wir haben gewonnen! Ein Game! Der erste Win of the Stream! Betrunken und trotzdem dominiert! So muss es sein! Yes! Nach sechs Games eins gewonnen! Wir sind die Besten! Ich wusste, wir sind Gewinner! Ja? Wir sind von der Gewinner-Natur! Und nichts anderes! Wir sind einfach Gewinner! Da wird klatsch und der Brain GG geschieben! Oh yeah! Oh yeah! Sieg! Dominanz! Und alles! Dominanz! Hier hab ich richtig gefistet, die Alte! Oh, ich wollt schon sagen, ey! Also ich will ja nicht sagen, dass dieser Scheiß-Zack jetzt hier ist und der sein... Fuckin' fuck, oh fuck! Fuck... Hu** Oh mein Gott mein Lloyd, v reservations, ey! O mein Gott mein Geil ist, man... Fuck, oh, fucking out Flesh-Zack! Hey, Drake ist ab. Hilfe! Mach Drake, ich halt sie hier auf. Mach Drake. Mach Drake. Mach Drake! Mach Drake! Mach Drake! Keiner ist ansatzweise in der Nähe von Drake! Mach Drake, Jungs! Mach Drake! Mach Drake, Jungs! Kein Problem, ich halt sie hier auf! Mach Drake! Ja. Ja. Abends Version von Schwester Frauen. Komm, 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 komm! Komm her! Nice! Und ein guter Smite, ich glaub's nicht. Loll, ich bin besoffen. Ohhhh, bleh! Hahaha! Ich wollte rüberspringen und ihn einfach fighten wie ein Boss, aber dieser Sin... Go Morgana! Go! Go! Morgana! Go! Go! Morgana! Morgana! Da flash ich! Oh yeah! Oh yeah! Hier, Affe! Hier, Affe! Hier, Affe! Komm, Ulti! Wow! Oh, oh, oh! Hallo! Wo ist meine fucking Supporterin? What the fuck? Die Reported so weg? So? Und jetzt stirbst du? Wow! Okay, du bist Reported. Also das ist Report Grund Nummer 1, Alter! Alter! Ich kann mich noch länger brauchen zum Sterben, Alter! Mann! 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 Mann, ey, das ist unglaublich! Ey, was macht ihr beiden denn hier? Ich bin auf einer Solo-Mission! Naja... Ich verlier die Base! Okay, ich baute mich zurück, mein Freund! Ja, das ist ein bisschen früh jetzt! Jetzt zurück Supporten! Ah, useless Team, wie immer! Support! Komm her, du Schwein! Wuuu! Geil! Anhand dessen, dass wir, äh, wir Minions in unserer Base haben, kann ich ausschließen... Oh, Mann! Wenn mein Team nicht so besoffen und scheiße wäre, weißt du, dann hätte ich das locker gecarried, aber die sind alle so besoffen, ey! Fuck! Auf ganzer Linie versagt! Einfach versagt! Ah! Darius Mitte, wie kommt man auf so eine Idee? Ey, ich wollte mir auch mal so eine Glatze machen, wenn er sich eine Glatze macht, mache ich mir auch eine Glatze! Okay, das trage ich jetzt als Subzie ein, Leute! Das war Clure und das war sein fucking Wort, Alter! Ja, aber ich mach dann keine Cam, Mann! Ich mach nur die Glatze, dann schick dir ein privates Foto, damit du Bescheid weißt! Und das veröffentliche ich! Gut, aber das ist... Das werde ich dir aber dann nicht im Stream zeigen! Egal, das ist... Aber einfach mal so, einfach mal eine Glatze an! Soll ich immer wissen, wie das ist? Okay, Leute, das ist... Bevor ich dann wirklich immer eine Glatze habe, will ich einmal wissen, wie das ist und danach wieder Haare haben! Okay, Leute, das ist... Dann wollen wir doch Haare wachsen! Das ist, äh, der Deal! Das ist der Deal!